Vor vier Jahren haben wir die Urbane gegründet. Damals waren wir nur in Berlin wählbar. Heute ist das anders. Wir haben sieben Landesverbände und alle sieben Landesverbände haben es geschafft, die nötigen Unterschriften einzureichen und zur Bundestagswahl zugelassen zu werden. Deswegen maximalen Respekt an all die Homies in Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin. Im 21. Jahrhundert ist kein Platz mehr für eine Politik, die auf der Ausbeutung des globalen Südens beruht. Es ist Zeit für einen radikalen Wandel. Es ist Zeit für eine neue Generation von Aktivistinnen. Es ist Zeit für die Urbane. Wir sind du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017